Ich habe es nicht mehr lesen können, aber einer hat freundlich Hallo zu mir gesagt. Genji oder Hanzo? Ein Genji. Alles klar. Ja, Genji ist sonst in Ordnung. Naja, nicht alle. Angriff! Ich wähle Verteidigung. So. Ich werde mal etwas tun. Alle mal weghören. So. Ja, was machen wir denn da? Ach, ich bin einfach dick. Da kann ich mich selber heilen, für den Fall, dass das die Meura nicht macht. Die Meura wird uns sein. Meinst du? Du weißt, das haben wir auch schon anders erlebt. Du musst Hallo zu unseren neuen Zuschauern sagen, das hast du noch gar nicht gemacht. Hallo, liebe Zuschauer. Wir haben neue Zuschauer. Wir haben null Zuschauer, ja. Ah. Sind das die gleichen null Zuschauer wie beim letzten Mal? Ich würde sagen, die gleichen null Zuschauer wie gestern. Ich habe jetzt aber... Gestern weiß ich nichts, da war ich nicht da. Ich habe ein Goal... Ja, gestern war auch langweilig. Gut, dass du nicht da warst. Ich habe ein Goal eingerichtet. Ein was? Ein Goal. Was für eins? Äh, Zuschauer. Äh, Abonnentenverzerrung. Und, wie unrealistisch ist es? 50. 50. Ich würde das geben. Okay, das ist gar nicht so unrealistisch. Ich würde auch das geben. Das ist gar nicht so. Nein. 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 Ich würde ja nicht so ein Dingens gemacht und dann haben wir nur Genji geguckt. Ein paar Sachen, die wir gesehen haben. Bis ihr's nicht... Bis ihr's gekonnt habt. Nja. Bis ihr's mal geschafft habt. Von Können kann man leider noch lange nicht reden. Hinter uns ist ein Dingens. Hinter uns sind Leute, die schießen. Ganz viele. So gingen das, aber gar nicht. So gingen sie gar nicht. Merci, Hamster, vor uns ist der Dingens, hier die Tante, die gleiche, die ich auch war, bin. Ich spürt die reißende Fracht. Ist die Fracht denn reißend? Reißend. Okay. Ich bin schon sehr gereizt. Ich bin tot. Ich bin so gereizt bin ich. Also die 59 cm, da hättest du doch bloß einmal dagegen hauchen müssen. Ja, ich hab mich dagegen geschmissen. Das Problem ist, die Fracht scheint ziemlich stabil. Toll, jetzt schieben die die zurück. Dürfen die doch gar nicht. Die cheaten! Alle melden! Gegner vorne, hinten, unten, überall. Ja, ist echt so! Von oben, unten, überall, Visier! Sperrgebiete! Oh nein, wir sind im Krieg! Hallo! Sturmfunk! Ich bin eigentlich ganz gut im Lesen, aber jetzt gerade bin ich ein bisschen konzentriert. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, aber ich bin da. Und ich werde lesen. Ah, toll. Meine Realität ist tot! Ihre Realität ist allerdings noch da, das nervt. Du nervst mich auch. Future's, Femmity, was auch immer. Vorsicht! Meurer tot! Sollte eigentlich die Mürsen treffen. Fast auch in Ordnung. Oh, die Farah, sehr schön! Hat sie gut gemacht, K. hat sie gut gemacht. Ist mir das erste Mal aufgefallen, dass wir eine haben. Selbst gemacht. Gut, Weihnachten! Bleibt alle mal da oben. Wir wollen die Fracht ein Stück schieben. Was ist denn mit ihm? Hopp! Ne, die spüre ich jetzt nicht. Da oder was? ich glaub das tut ein bisschen weh. geile heilung, geile heilung muss ich an der stelle mal ganz klar sagen, richtig geile heilung. schön, dass du welche gekickt hast. uff, nice. irgendwas hat mich geboxt, das war der hamster, ist klar. solang immer einer an der fracht ist von denen, wird die nie weiter gehen. die sollte mal duschen, boah, endlich versteh ich den wort jetzt. ja, hey, freut mich. ich hab noch ein paar mehr davon auf lager, wenn dir sowas gefällt, dann weißt du dir selber was du tun musst. immer mal gucken, ob ich online bin. oh, eine widow. das ist nicht so schlimm. die kommt, glaub ich, runter zu uns, hab ich gehört. was ist denn das? jetzt hat er sich gerade an und überlegt. warum will die denn da oben sein? da kann sie gar keinen spaß mit uns haben. ich weiche keinen stress. hier oben. hier in denen die reizende kraft zug Rorgan Was ist denn mit ihm? Geh zu deinem Team. Die sind alle gestorben. Dahinten gehts lang, Freundchen. Immer den Schildern nach. Kann man als Moira auch unterstützen? Klar. Das ist eigentlich Sinn und Zweck des Charakters. Man sollte nicht zu sehr unterstützen. Die mit ihrem Milch... Nein! Soldier 76 hat oben ein bisschen... Ähm... Was soll ich sagen? Hat High Ground. Das wollte ich sagen. Ja, Moira soll sogar unterstützen im Kampf. Diese lilanen Dingens, was sie hier macht zum Beispiel. Das ist quasi unterstützend. Und noch besser ist natürlich, wenn sie Heilungen gibt, wenn man welche braucht. Weil wenn du gerade keine brauchst, dann ist das so blöd. Was sie hier macht, ist ganz doof. Also die gegnerische Moira zum Beispiel. Hi Dustin! Na, wie gehts? Ich bin gerade einmal erklärt. Was die gegnerische Moira hier gerade gemacht hat, war ganz blöd. Denn eigentlich ist Moiras Ulti noch viel besser zum Heilen gedacht. Also ich meinte das so. Ich bin Moira Main und wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ach so! Ähm... Viewer Games machen wir momentan nicht wirklich. Es ist aber nicht so, dass wir das gar nicht andenken. Es ist einfach so, dass wir das momentan... Da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Da wir ein Dreierteam sind und hier noch zwei andere mitgeben können alles. Wo ich glaub, dass da keiner was dagegen hätte. Das ist trotzdem immer so, dass man ein bisschen aufpassen muss. Dass man da auch fair bleibt, ne? Also heute auf jeden Fall nicht. Ich werd mir das aber mal durch den Kopf kehren lassen. Ich mein... geplant war es ja sowieso irgendwann mal. Aber wie das dann ist und alles... Kannst ja auf unseren Discord kommen. Da teilen wir eigentlich alles mit, was neu ist. Ich bin tot, war doof von mir. Ich hätte nicht mehr da reingehen sollen. Okay. Discord ist unten, oder? Die Discord-Cutze müsstest du eigentlich relativ flott erkennen. Vorne an der Fracht ist so ein Symmetra-Dingens, hab ich gerade in der Klickheim gesehen. Hm... genau. Aber da, äh... Hatt ich eigentlich alles aufm... aufm Lauf finden. Also ich fass nicht, das klappt natürlich nicht. Jetzt erst mal, hallo Dustin, wie geht's dir? Erzähl mal, was war da los? Du Scheiße, Blöder. Weg! Alte Heilung des Todes, sag ich dir. Ja, wie ich... ich sage wie gerade eben schon. Wenigstens einer von beiden Tanks, der Heilung kriegt. Ja, ich brauch so viel Heilung, wir haben gar keine Zeit für dich, sag ich dir. Ja, ich merk schon. Kommt schon, das holen wir jetzt. Der Hamsterklops nervt. Toll, jetzt habe ich dir dumm Meura erklärt. Da wolltest du das gar nicht hören. Ist ja ärgerlich. Und tschüss. Und tschüss. Ja. 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 Ja.